So, Jungs und Mädels, dann sind wir jetzt halt bei der Eins-Spiel-Gerball-Gehalte zu unserer Vorübung. Die schaut so aus. Wir starten wieder in unserem Münchentour, das wir schon aufgebaut haben. Wir starten diesmal mit Ziehen-Fuß-Wechsel. Der Rechtsfuß startet jetzt mit Links-Rechts-Ziehen-Fuß-Wechsel. Rechte Sohle wendet. Eine Sohlenwende so rollen, dass der Ball quer zu dem Ball in München rollt und nicht zu schnell ist. Auch keine zu feste Sohlenwende sein. Ihr müsst jetzt direkt an den Ball reinkommen und jetzt machen wir eine Neymar-Wende. Linke Sohle rollt den Ball diagonal da durch, rechte Schussfindet hält den Ball wieder ins Münchentor an. Schussfindet dosieren, dann bleibt der Ball im Münchentor liegen. Das heißt, Sohle rollt Schussfindet und wenn ihr es dosiert, müsste der Ball da liegen bleiben. Jetzt starte mich wieder mit Links-Rechts-Ziehen vorlegen. Fußwechsel. Sohlenwende und jetzt mache ich diagonal rollen, reinspringen. Wenn der Ball dosiert ist, komme ich sofort wieder mit Links-Rechts rein. Für den Linksfuß erste Aufgabe. Rechts-Links, linke Sohle, rechte Sohle, Linksschuss-Finte. Es ist leichter für ihn normalerweise mit Links-Schuss-Finte zu machen. Das heißt, es ist die leichte Variante. Ist aber in dem Fall jetzt sowieso egal, wir müssen sowieso beide Varianten üben. Das heißt, wir starten einfach mit der Variante Links-Rechts-Ziehen vorlegen und dann machen wir die zweite Variante nur so viel an. Fuß wechseln, Sohle, bisschen zurück oder noch? Bisschen zurück, Schuhlenwende, rechts. Genau, dieser Step raus, den Marco macht das hier clever, dann könnt ihr noch ein bisschen diagonaler in den Ball rein gehen. Also ihr macht Links-Rechts. Wenn ihr jetzt bei der Sohle einen leichten Step nach hinten macht, könnt ihr wirklich diagonal in den Ball rein laufen und rechts die Schuss-Finte. Bei Marco auch super zu sehen, springt die Schuss-Finte an. Wenn ihr sie nicht anspringt, dann rollt sie euch meistens zu weit weg. Lieber ist sie so, wie jetzt bei Marco zu kurz und ihr schiebt ihn dann nochmal mit einem kurzen Schiebekontakt in das Hütchen vor rein, dass der Ball 50 Kilometer abhaut. Also lieber zu kurz wie zu lang in dem Fall. Was man auch sagen kann, ist sobald ich ihn gerollt habe und der Fuß absetzt, springe ich eigentlich. Genau, also da ist kein Zwischenschritt. Ja, wenn ihr es perfekt machen wollt, ist da kein Zwischenschritt. Das ist Rollen, Springen, Schuss-Finte. So, das hat man dann gesehen, wenn der Ball sagt, ist super, dass der Marco jetzt auch mal anders vorgemacht hat. Wenn der Ball zu lange rollt, dann habt ihr natürlich ein Problem, weil ihr jetzt nicht schön in das Hütchen-Tor reinkommt, ihr habt keine Kontrolle. Für die Situation, in der du einen M-A-Wende braucht, ist es auch besser, wenn der Ball enger am Fuß liegt. Ja, meistens zumindest. Ja, perfekt Marco. Das ist schon gedämpfte. Eine gedämpfte Schuss-Finte. Ja, gedämpfte Neymar-Finte. Ja, 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 ja. So, gut, oder? Ja, du lässt dich schon weg und schummeln dabei. Perfekt, Marco. Wir haben jetzt die Variante 2. Wie schon angekündigt, jetzt macht es jeder auf seine vermeintlich eher schwächere Seite. Das heißt, ich muss es mit einem anderen Fuß Schuss-Finte machen, kann dafür nur mit einem starken Fuß rollen. Trotzdem würde ich jetzt in dem Fall sagen, eigentlich die sinnvolle Bewegung für den Rechtsfuß ist links- und rechts-Schuss-Finte, weil ich den Ball jetzt auch so liegen habe, dass ich direkt in den Schiebekontakt reingehen könnte. Trotzdem, wir lügen jetzt beide Seiten, da wir auch ein bisschen im koordinativen Bereich sind in dem Fall. Und deswegen machen wir jetzt die andere Seite, die Linksfüße gerade hatten. Wenn die Linksfüße jetzt wirklich mit der anderen Seite angefangen haben, dann wechseln wir halt jetzt auf die andere Seite wiederum. Also, wir starten rechts, links. Linke Sohle wendet. Der war sehr schlecht, denn lassen wir es gleich mal weg, weil ich habe die Sohlenwende jetzt nach hinten gezogen und jetzt wird es natürlich wahnsinnig schwer, den Ball diagonal nach vorne zu ziehen. Das heißt, was mega wichtig ist, ist, dass ihr die Sohlenwende parallel zu dem Hütchentor zieht, wenn nicht sogar einen Tick nach vorne geht. Jetzt komme ich. Rechte Sohle rollt, links springt in die Schussfinte. So. Ganz langsam ist der Trick echt relativ schwer, finde ich, weil der bleibt da liegen. Also, ihr müsst schon ein bisschen Tempo da reinbekommen. Ziehe den Fußwechsel. Lange Sohle, rechts rollt, links Schussfinte. So, die ist mir weggedriftet zur Seite. Wenn euch das passiert, habe ich ja vorher auch schon mal kurz gesagt, dann macht ihr einfach den kurzen Schiebekontakt rein, passiert ist nicht schlimm. Sohle, rechts rollt, links Schussfinte. So sollte eigentlich liegen in dem Hütchentor, dann wären wir zu fliegen. So, links, rechts rollt, links Schussfinte. Es fühlt sich für den Rechtsfuß teilweise ein bisschen komisch an, aber koordinativ ist das eigentlich eine ganz schöne Aufgabe. Marco ist einfach der bessere Tänzer, der jetzt halt so diesen Tempo auch ziehen. Oder auch nicht. Hopp, hopp. Perfekt. Oh, falsche Richtung. Wo muss ich denn das machen? Ziehe den Fußwechsel. Rechts, links. Sohle, rechts, links Schussfinte. Ja, passt. Fängt in die Hand rein. Gut. So. Und ihr seht auch, Jungs, auch wir, ja, obwohl ich Fußball spielen kann. Nein, Spaß. Also, auch wir machen das erstmal langsam und machen nicht sofort 100% Tempo. Auch Jungs, die die Bewegungen schon können, langsam erstmal den Rhythmus finden. Wenn ihr den Rhythmus habt, erhöht ihr das Tempo. So, wie der Markus auch. So, wenn wir den Rhythmus gefunden haben, dann erhöhen wir das Tempo. So, und dann ist es jetzt eine super flüssige Bewegung bei Marco. Aber erst immer schauen, dass ihr den Rhythmus und die Bewegung findet, bevor ihr anfangen, was das Tempo zu machen. Wir schauen, dass der Körper eigentlich in die Richtung guckt. Auch hier noch anziehen. Wo am Anfang bei der Ausgangsrichtung schon bleibt. Also, ich rolle, bleibe hier und ziehe hinten durch, sodass ich da wieder losgehen kann. Schön. Hopp. So, Jungs. Und wie schon bei unserer ersten Vorübung mit nur Rollen und keine Nema-Wende, hängen wir jetzt beide Seiten zusammen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt selber aussuchen, mit welcher Seite ihr startet. Das ist eigentlich völlig wurscht. Also, ich starte jetzt zum Beispiel links-rechts. Rechte Sohle wendet, dann bin ich bei links-rollt, rechts-Schuss finde. Ich muss jetzt starten mit rechts-links. So, und ihr merkt schon, wenn mein Schusswind jetzt so lange gerollt ist, ich musste sie jetzt anhalten, weil ich wäre jetzt nie im Leben, wenn rechts-links den Fußweg gekommen wäre. Das heißt, es ist noch wichtiger, dass die Nema-Wende gedämmt ist und so, dass sie liegen bleibt. Ich muss jetzt nämlich starten rechts-links, linke Sohle, rechts-rollt, links-Schuss finde. Jetzt muss ich wieder starten. Links-rechts, rechte Sohle, links-rollt, rechts-Schuss finde. Rechts-links, linke Sohle, rechts-rollt, links-Schuss finde. Links-recht, rechts-rollt, links-rollt, diagonal, rechts-Schuss finde. Rechts-links, linke Sohle, rechts-rollt, links-Schuss finde. Wir fangen wieder langsam an. Versucht den Rhythmus zu finden. Wenn ihr den Rhythmus habt, erhöht ihr das Tempel. Also, Fußwechsel, Sohle, und jetzt lenken. Links-rollt, rechts-Schuss finde. Jetzt müssen wir mit der rechts-links starten. Linke Sohle, perfekt. Rechts-diagonal, links-Schuss finde. Genau, jetzt müssen wir mit links-rechts starten. Marco hat den Rhythmus jetzt schon drin, von vorne. Perfekt. Perfekt. Der war schlecht. Schlechte Bälle werden auch mal repariert für uns. Das passiert im Spiel auch ab und zu mal. Einfach dann versuchen, entweder mit einer Lenkbewegung oder mit einem kurzen Anhaltung zu reparieren. Sobald wir es mit ziehen-Fußwechsel machen, kann man auch mal den zu langen Ball ganz schön eigentlich lang zurückziehen. Dann wird es halt ein längerer ziehen-Fußwechsel. Geht die Welt nicht runter.